TikTok-Star oder Baumeister? TikTok ist jetzt bei der Lugner-City das Wichtigere, aber er war ein relativ großer Baumeister. Simone oder Bienchen? Sie liebt den Namen Simone, aber ich finde, Tier, Bienchen sind... Ohne Bienchen könnte man überhaupt nicht leben. Nur zusammenziehen oder zum sechsten Mal heiraten? Ja, also wir sind jetzt zusammengezogen und ob man sechs Mal heiraten, das steht in den Sternen. Frack oder Smoking? Anziehen tue ich lieber an Smoking, aber zum Opern, weil ich muss mal den Frack anziehen und das ist ein mühsames Kleidungsstück. Romantiker oder Playboy? Romantiker. Hunde oder Katzen? Naja, ich bin mehr Hund, aber die Katzen sind auch recht lieb. Chat-Nachrichten schreiben oder telefonieren? Naja, lieber tue ich telefonieren, aber zum Beispiel sie, ich hebe den Büro nicht ab. Rudolfsheim Fünfhaus oder Döbling? Rudolfsheim Fünfhaus ist natürlich der Standort der Lugner-City, aber für Privatleben mit der Simone ist die Wolfsgruberkasse das geeignetere. Pension oder ewig weiterarbeiten? Ewig weiterarbeiten. Gehen wir Opernball oder gehen wir Lugner? Naja, also das ist die Frage. Einmal im Jahr gehen wir Opernball. An mulherest auf Ahnung. An